So, servus, grüße und hallo und willkommen zu einer neuen Aufnahme von Star Trek. Ich habe vorhin den Spielstand noch geladen, habe mich noch ein bisschen umgeschaut, weil wir sind ja noch lange nicht weiter gekommen und dann ist folgendes passiert. Das ist die größte Verarsche, die es gibt. Gehe da wieder in das komische Dreieck. Hier sind wir auf der Brücke. Ich also hier komme von der Brücke und hier geht es weiter in den nächsten Raum. Gut, und ab hier habe ich keine Ahnung mehr. Dann schauen wir uns das Ganze mal an. Krass, da geht es sogar hin. Die Sphäre in der Mitte dieser Konsole ist ein bestimmtes Kontrollmechanismus. Okay. Was ist das? Puh, wie bedient man denn das? Was ist da noch? Auch nichts. Von wo sind wir überhaupt gekommen? Von hier, oder? Das bedeutet, da kommt man nicht weiter. Oder kommt man da weiter? Nur schnell. Wir gehen gleich zurück und schauen uns wieder. Ach nee. Gut, dann haben wir jetzt alle. Ja, reden wir mal mit dem. Ja, und genau das wird, glaube ich, das Problem sein. Der wird doch den Fund nicht freiwillig hergeben. Ja, wenn du überlebst. Du bist besser, Lieutenant. Ich sehe nicht, warum du über diesen Mudd-Gun. Wer weiß, welche Äußerungen wir von all dieser Kenntnis bekommen können. Ja, was sagt er? Das Werkzeug ist weit aus meiner Liga, Jim. Naja, gut, ähm, nachdem wir hier irgendwie nicht, Spock, du wirst hier was rausfinden. Das scheint, um das Schiff's Computerbank-Kontrollnode zu aktivieren. Given die Aliens' Predilektion für Multiple von drei, es ist möglich, unsere Tricordern zu nutzen, um die Informationen in diesen Datenbanken zu bezeichnen. Das wäre ziemlich gut, Jim. Das ist eine Alien-Race, die uns nicht bekannt ist. Und sie sind sicher, dass die Neu-Know-Know-Know-Know-Know-Know-Know-Know. Was? Wie siehst du nicht erreichbar? Hab ich da was verpasst? Wir haben Funk-Probleme, aber sie verstehen uns. Äh. Nothing happens. Nothing happens. Ich würde sagen... Wir machen das einfach. Wie war das? Äh. Ja. Okay, now. Both our Tricorders are now working on basic processing of the Alien's computer data system. The Tricorders are not the equal of the Universal Translator. But we should be able to retrieve basic information and get an insight into their culture and life systems. I don't believe we could have gotten even this far had we not deduced their fixation on base six mathematics and aesthetics. The Tricorders are again available for general use. The Alien's ship's computer data is now accessible from the ship's library. I believe I have downloaded enough information to our Tricorders to enable operation of most of the ship's controls, Captain. Juhu! Nur... Ah, genau. Stopp. Da ist ja der komische Typ da. Aber wir wollen jetzt mal schauen, was jetzt passiert. Kommen wir mal zurück. Helfen wir zuerst unserem Freund hier. Theoretisch rein praktisch, müsste doch jetzt Mr. Spock auch wissen, was er tut. Nein, stopp da. Okay, dann funktioniert das noch nicht. Ich weiß nicht, dass die Bede zu aktivieren und die Führung auf unsere Freundin, Harry, hier. Es wäre interessant, zu analysieren, aber diese sind wahrscheinlich vaccines, Medizines und Research-Viruses. Doe sie eine Schreifung zu uns, Doctor? None scheint, dass sie eine Schreifung auf einen Schreifung oder Vulkan-Physiologie haben. Ich würde auf der Sicherheit nicht sagen, dass ich nicht... Ich weiß nicht, dass sie eine Schreifung für eine Schreifung, Doctor. Geh mal du. Gut, dann geh mir halt. Ich würde mal sagen. Und dann die erste? Wieso gehst du immer auf die zweite? Ich will doch mal, dass du die erste. Schauen wir mal, Sensor 1. Ich will was sehen. Ui. 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 Ah, ich muss die Dinge abschießen. Okay, jetzt kommt man in den Maschinenraum. Irgendwie. Gut, das bedeutet, ja, 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 ja. Wir müssen sicher der Enterprise helfen, indem wir da drüben, da waren wir doch im Waffenraum und da konnte man irgendwelche komischen futuristischen Kampfdinger laden und vielleicht weiß jetzt der doch auch, wie das funktioniert. Was ist, wenn wir die laden? Wie bekommt man die weg? Haben die jetzt wieder entladen? Jetzt haben die wieder entladen. Das bedeutet, wir müssen schauen, dass wir irgendwie... Gut, dann nochmals. Dann lade mal. Gut, dann würde ich mal sagen, müssen wir doch hier irgendwo eine Kampfstation finden. Irgendwo wird das doch eine Kampfstation finden. Wieso haben wir keine Kampfstation? Nein, du. Gibt's da. Der geht immer auf die zweite. Ich will, dass du auf die erste gehst. Das ist die Sekundärstation. Mit den limitierten Entsensoren. Done. Was, 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 was? Wieso bin ich besser bee... Was? Ich hab doch keine Ahnung. Thanks to the library computer data, limited though it is, these primary controls give me access to... Communications. View screen. Done. Communications. The Enterprise is out of range for this equipment. Under the conditions of static created by the neutron star. Communications. View screen. Good. Jetzt. I guess the universe looks about like it did the last time we saw. Oh. View screen. Done. Ja, und wo ist dann... Ah. Ah. Nein, 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 nein. Thanks to the library. Communications. Geh weg. The Enterprise is out of range. The Enterprise is out of range for the... Communication. Done. Jetzt, äh, jetzt, j-j-j-jetzt. Der kann ziemlich sicher... Hier, oder? Kann der sein Waffen? I don't believe this is the weapons center, Captain. There appears to be one, but it's evidently located elsewhere on the ship. I can't make anything more out of these controls. Okay. Gut. Langsam, wo sicher, komme ich klar, wie das Ganze funktionieren sollte. Interessanterweise funktioniert da aber nicht, dass ich den da hier... I certainly see nothing they're calling for. It would be interesting, Daniel. Do they pose any... None seems like... Ja, jetzt. Und der läuft, und der läuft, und der läuft. Irgendwie ist das immer so ein ruhiges Let's Play, kommt mir vor. So. Du darfst hier mal... He looks at you with a... He looks at you with a puzzle. Hallo? He looks at you with a puzzle. He looks at you with a... He looks at you with a... He looks at you with a puzzle. Und hier? Hier? He looks at you with a puzzle. Er ist sogar zu doof, um... Ähm... ...Zahn zu laden. Und hier? Hm? Funktioniert das? Not my area of expertise, I'm afraid. Das war auch ein Bug. Mein Komfort, das Spiel hat einige Bugs. Everyone is healthy, Jim. There's no need for the medical kit here. I fail to see the lot... Come on, son. Not all topics will necessarily be available, Captain. Nor do I believe we can get full details on all data. The tricorders could only do so much processing. It would be worth our effort to locate the central databanks for delivery to the Kornophoros Life Sciences University. I believe. To say nothing of fulfilling our mandate to seek out new life and new civilizations. I'm receiving data now, Captain. Most internal and external functions are controlled from the bridge. These include engineering, navigation, communications, and sensors. Weapons functions are controlled from the weapons room. I have found an entry on an experimental long-range weapon booster recently installed, named the Huayos Weapon. It does not alter the power of the primary weapon systems, but it does increase the range at which those weapons are effective. I believe I can produce a picture of a member of their race, Captain. By all means, Spock. Boo. Look at their physiology, Jim. I think this explains the Lacheyans' fascination with threes and sixes. It should be no surprise that physiology affects mind and behavior. I would say a six-fingered, six-eyed people would naturally develop their sciences and arts around basic numerical systems, just as I observed on the bridge. Medical knowledge is comprehensive and lifespan is extended considerably over archaic expectations with maintenance of quality of life. Okay. Interesting data here about the six-eyed vision processing in the brain. Their eyesight must have been excellent and almost 300 degrees around. Gut. Ich glaube, das war's in dem Fall. I believe I have retrieved as much data as I can, Captain. Gut. Das bedeutet, ich habe hier einfach die ganzen Datenflut nicht laufen lassen. Und hier kann man die Waffen steuern, aber hier vielleicht. Das ist es nicht, das ist es nicht, das ist es nicht, das ist... He looks at you with a puzzled... Hm. Schauen wir nochmal an. An elaborate piece of alien-looking machinery. Das ist der Waffenraum. Two yellow triangular buttons. Kann er vielleicht jetzt sagen, was das ist? I failed to see the... I failed to see the... Ach. Weh dem, mein Team. A most interesting technology, Captain. Das ist der Waffenraum. If the Alassi gets hold of this, they'll make mud seem like a perfect caretaker by comparison. I wonder where that mud has gone. Ah. Dust and grease lifts off the surface, leaving this item. Clean is new. So, when he hits the... Unique, Captain. I believe these are self-referencing packed quantum cartridges. Power boosters. Oh, I've read about those, but they're just theoretical. Okay. Evidently, these are more than theoretical, Lieutenant Bueckert. The energy initially released is infinitesimally small, but boosts itself until the power finally released is comparable to our photon torpedoes. The technical journals discussing the possibilities indicated it would create a weapon of greater range than those we have now, if not a greater punch. The machinery to deliver these cartridges would be an engineering feat as well, Captain. Good. A weapon's delivery system. It appears to be an accessory tied directly to the alien equivalent of our ships, phasers and photon torpedoes. A weapon's delivery system. It appears to be an accessory tied directly to the alien equivalent of our ships, phasers and photon torpedoes. And this is the... The control panel has power running to it, Captain. Okay. Nothing to report, Captain. And this is... Seems to be part of a loading system for the weapon. Gut. Das haben wir doch schon alles gemacht. Ja, aber wie schein' ich das... Das Zeug ladet und entladet ja nur, wenn ich da was mache. Ich will doch... Da lade ich das Teil hier mal. Gut. Dann laden wir es noch mal. Dann laden wir es noch mal. Aber das ist doch die Waffen... Dingsbumstanz. Da habe ich doch keinen Zugriff auf die... Wo kriege ich Zugriff auf die Waffensysteme? Das muss doch in der Brücke funktionieren. Das ist die Krankenstation quasi. Ah, vielleicht kann da jetzt... Ähm... Ein bisschen mehr mit dem Zeugs da anfangen. Ich weiß gar nicht. Ich sehe gar nicht, dass ich zu einem Schiff drühen aus. Ähm... Ich verstehe... Ich habe nicht mehr gesehen. Gut. Wir kommen nicht weiter. Das kommen wir nicht weiter. Das kommen wir nicht weiter. Das kommen wir nicht weiter. Muss ich denn hier was klicken? Mit dem Bett und... Entschuldigung. Ah, hä? Was macht der jetzt? Legt der ihm die Hände auf. Ach, irgendwie... Ist das immer das ruhige Let's Play, weil wir nicht so viel reden? Kann das sein? Aber wir haben hier... Die Station, die Station und die Station. So, jetzt machen wir nochmal... Und Scan. Kann das sein, dass ich da... Moment mal... Ah, jetzt komme ich langsam draus. Oh, das bedeutet, ja... Ich muss da noch... Wir müssen mit dem Schiff dann noch krampfen. Wir müssen mit dem Schiff dann noch krampfen. Mit dem Schiff dann noch krampfen. Sensors. Navigation. The engine pods are damaged, but still generating power, Captain. Sensors. Done. Engineering. Navigation. Das bedeutet, wir müssen wahrscheinlich das Zeugs irgendwie reparieren. Irgendwie reparieren. Und zwar die Navigation. Nur wir wissen ja nicht, wo die Navigation defekt ist. Wo ist bitte schon die Navigation defekt? Achso, das ist unser Schweizer Taschenmesser. Dann putzen wir einfach mal alles. Vielleicht kommt hier was Neues heraus. Aber es kommt nichts Neues heraus. Naja, wir werden es wohl oder übel in der nächsten Folge herausfinden müssen. Ach ja, dann speichern wir hier mal. Ich weiß gar nicht mehr, wo wir sind. Keine Ahnung. Nur eins. Das ist okay. Ja, in dem Fall, habt es auch fein. Man sieht sich. Bis dann. Tschüss. Ciao.